Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Video. Heute geht es mal um das Thema 5 Fehler, die ihr als Fotografieanfänger vermeiden solltet. Viel Spaß! Als Fotografieanfänger gibt es eine ganze Menge Sachen, wo man darauf achten soll. Das kann alles ein bisschen zu viel werden am Anfang. Deswegen heute mal das Video, welche Fehler ihr vermeiden solltet, wenn ihr Fotografieanfänger seid. Punkt 1 wäre zu viel Technik. Ganz wichtig, ich sehe das oft, wenn ich in solchen Elektronik Großmärkten unterwegs bin. Da kommen Leute hin, kaufen Kameras und dann wollen die Verkäufer natürlich eine ganze Menge Equipment dazu verkaufen. Und dann gehen die Leute raus mit einer Kamera, mehreren Objektiven, Filtersysteme dazu und alles solche Sachen. Macht das nicht, konzentriert euch auf das Wesentliche, sucht euch eine Kamera aus. Am besten mit einem Kit-Objektiv und mehr solltet ihr am Anfang gar nicht mithaben, denn es geht erstmal darum, eure Kamera kennenzulernen. Fangt an, konzentriert euch darauf, erstmal dieses Zusammenspiel von Blende, die ISO Verschlusszeit zu lernen. Und erst wenn ihr das alles beherrscht und auch euer Objektiv ausgereizt habt und gemerkt habt, wofür ist euer Objektiv gut, dann solltet ihr weitermachen und euch neue Technik kaufen. Dann seid ihr aber so weit und könnt auch gezielt kaufen, wisst ganz genau, was ihr noch braucht. Damit komme ich auch direkt zum zweiten Punkt und zwar raus aus dem Automatikmodus, ganz wichtig. Am Anfang würde ich euch empfehlen, nehmt den TV-Modus oder AV-Modus, heißt also eine Halbautomatik, wo ihr nur vorgebt, entweder welche Blende möchte ich verwenden oder welche Verschlusszeit. Schaut einfach, was hat das für eine Auswirkung auf meine Bilder, heißt also gebe ich die Blende vor, mit einer Offenblende habt ihr ein schönes Bokeh, schließt ihr die Blende, habt ihr mehr Schärfe im Bild, heißt also, wenn ihr die Blende zumacht, kriegt ihr ein Bild, was im Vorder- und Hintergrund scharf ist. Und genauso bei der Verschlusszeit möchte ich ein Bild einfrieren, also schnelle Bewegungen einfrieren oder möchte ich länger belichten und damit zum Beispiel über einen längeren Zeitraum zum Beispiel Wasser aufnehmen, so dass er schön milchig verschwommen wird, heißt also man kann damit auch sehr kreativ fotografieren und erst wenn ihr das verstanden habt, welche Einstellungen, welche Auswirkungen auf das Bild haben, dann würde ich wechseln in den manuellen Modus und dann auch noch die ISO oder den ISO-Wert mit dazu nehmen und das komplett selbst steuern und somit habt ihr dann natürlich komplett selber das in der Hand, wie euer Bild aussehen soll. Punkt 3 ist die Perspektive, in der ihr fotografiert. Natürlich ist es immer einfach, so wie jeder Touri, Kamera einfach nur vor das Gesicht halten, ein Foto machen, aber das sind natürlich langweilige Bilder, deswegen unbedingt Perspektivenwechsel machen, geht in Bodennähe oder einfach nur in die Hocke, stellt euch irgendwo drauf, nehmt zum Beispiel auch mal was in den Vordergrund, dass ihr einen schönen Bildaufbau habt, also genau darauf achten, wie ihr das Bild gestaltet und nicht einfach nur Touri-Perspektive-Foto machen, das sind natürlich langweilige Bilder, möchte keiner sehen. Ihr wollt kreativ fotografieren, deswegen Perspektivwechsel bringt unheimlich viel und wertet eure Bilder enorm auf. Punkt 4 wäre dann der Fokus. Achtet darauf, ihr solltet immer selbst entscheiden, wo liegt der Fokus im Bild. Natürlich könnt ihr den Autofokus noch benutzen, ich würde euch aber empfehlen, den Fokuspunkt woanders einzustellen, als er standardmäßig der Fall ist. Heißt also, ihr habt ja mehrere Fokuspunkte auf eurer Kamera, könnt also zum Beispiel sagen, rechts oben soll der Fokus immer liegen. Da müsst ihr natürlich euer Bild auch so gestalten, dass das Motiv oder das Objekt, was scharf sein soll, dann auch rechts oben im Bild positioniert ist, damit die Schärfe an der richtigen Stelle liegt. Ansonsten habt ihr immer das Problem, die Kamera entscheidet für euch, wo liegt der Fokus und das kann natürlich auch mal ganz schnell daneben gehen und dann habt ihr irgendwas fokussiert, was gar nicht so gedacht war. Und der letzte Punkt in meiner Auflistung, lasst den internen Blitz einfach geschlossen, ganz wichtig. Der interne Blitz in der Kamera sollte schon unter dem Begriff Körperverletzung laufen, einfach aus dem Grund, der blitzt alles tot, ob das nun schön ist oder nicht. Er blitzt immer mit voller Kraft, ihr habt also keine Möglichkeit, das irgendwie zu regulieren, wie stark der blitzen soll. Deswegen, wenn es sich nicht vermeiden lässt, wenn ihr einen Blitz benutzen wollt, dann bitte immer einen externen Blitz auf die Kamera drauf machen. Von mir aus gerne einen TTL-Blitz, da habt ihr nicht viel zu tun, der misst selber, wie die Helligkeit ist und stellt sich entsprechend ein. Da braucht ihr nicht allzu viel Ahnung vom Blitzen haben. Und ansonsten Blitz zulassen, lieber ein bisschen länger belichten oder den ISO-Wert nach oben packen, damit ihr einfach nicht das Blitzlicht benutzen müsst. Weil das Problem ist einfach, dass es so grell ist, es sieht alles künstlich aus, die Fotos sehen nicht mehr schön aus und deswegen lasst es sein, ihr verschandelt euch die Bilder mehr, als dass ihr sie aufwertet. Selbst wenn ihr Porträts macht, natürlich kann das mal eine Hilfe sein, aber grundsätzlich, ich lasse den internen Blitz einfach aus. Wenn ich einen Blitz brauche, dann nehme ich einen externen Blitz, pack den oben auf meine Kamera drauf und dann habe ich weniger Probleme. Das soll es auch schon wieder für heute gewesen sein. Ihr seht, fotografieren muss gar nicht so schwierig sein. Haltet euch einfach erst mal an diese Punkte und arbeitet euch so Stück für Stück in die Fotografie rein. Dann solltet ihr auch relativ schnell die ersten Erfolge in euren Bildern sehen. Das war es auch schon wieder. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, teilt das Video mit euren Freunden, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Ciao!